Freunde, wenn während des Download-Vorgangs eine Fehlermeldung angezeigt wird, Sie nicht wissen, wo sich die gerade heruntergeladene Programmdatei befindet oder wenn Sie Schwierigkeiten haben, sie zu installieren und auszuführen, lesen Sie diese Videoanweisung. In diesem Video analysieren wir detailliert alle möglichen Probleme, die vom Download bis zum Start der Anwendung auftreten können. Was kann ich tun, wenn ich die Installationsdatei des Programms nicht heruntergeladen werden kann? Der Browser blockiert den Downloader der Datei, die angibt, dass sie mit einem Virus infiziert ist, indem er eine der folgenden Benachrichtigungen anzeigt. Wenn Sie auf die offizielle Webseite des Programms gehen, die gewünschte Version der Anwendung öffnen und auf Download klicken, wird der Download blockiert. Diese Situation ist ein gutes Beispiel dafür, wie das im Browser integrierter Sicherheitssystem funktioniert. Beim Herunterladen werden die Daten auf schädliche Programme kurz überprüft. Wenn etwas nicht zum Browserschutzsystem passt, wird der Download-Vorgang blockiert. Der integrierte Browserschutz ist wie bei jeder Aktivierungssoftware nicht perfekt und es kann zu Fälle-Alarmen führen. Dies ist häufig der Fall, wenn wenige bekannte Programme heruntergeladen werden oder die Installationsprogramme einfach nicht im Software-Sicherheitsbewertungssystem fällen, das auf dem Schutz des Webbrowsers beruht. Bei neuen Versionen von Programmen, die kürzlich auf der Seite veröffentlicht und noch nicht zur Sicherheitsliste hinzugefügt werden, können Fälle Alarme auftreten. Wenn Sie sicher sind, dass das Programm sicher ist, können Sie es zwangsweise herunterladen. Aus Sicherheitsgründen würde ich Ihnen jedoch raten, den VirusTotal-Dienst zu verwenden, mit dem Sie den Malware-Link überprüfen können. Sie können nur den Link kopieren, um die Anwendung herunterzuladen, indem Sie mit der rechten Maustaste auf den Link kopieren und überprüfen klicken, indem Sie ihn mit diesem Feld auf der VirusTotal-Webseite einführen. VirusTotal, dies ist ein kostenloser Dienst, der verdächtigte Dateien und Links analysiert, um Viren, Würmer, Trojaner und alle Arten von Malware zu erkennen. In seinem Arsenal von mehr als 60 Antivirenprogrammen, die gleichzeitig Malware überprüfen, durchführen. Und wenn mindestens einer von ihnen die Dateien als bösartig ansieht, werden Sie sie sehen. Wenn der Dienst behauptet, dass der Link nicht böswillig ist, können Sie das Herunterladen der benötigten Dateien erzwingen. Dings dazu auf Herunterladen, sobald der Browser meldet, dass die Datei schädlich ist, klicken Sie auf das Symbol und wählen Sie Speichern. Oder wir öffnen den Download-Bereich im Browser-Menü und klicken auf Speichern und bestätigen unseren Scheiben. Zur Rückversicherung können Sie die heruntergeladene Datei auf diese Ressource VirusTotal überprüfen und Ihren Speicherort auf dem PC angehen. Wenn alles in Ordnung ist, müssen Sie nur das Installationsprogramm ausführen und das Programm installieren. Wenn Sie nicht wissen, wo sich die gerade heruntergeladene Datei befinden, suchen Sie sie im Download-Ordner. Standardmäßig werden alle heruntergeladene Dateien in diesem Ordner heruntergeladet. Sie fixieren es, indem Sie Explorer My Computer Download öffnen. Sortieren Sie sie nach den Änderungsdaten und die Suche zu vereifern. Wenn Sie es hier nicht finden können, wurde möglicherweise der Standard-Download-Pfad auf Ihrem PC geändert. Um die heruntergeladene Datei zu finden, gehen Sie im Browser zum Download-Menü, suchen Sie die zuletzt heruntergeladene Datei und klicken Sie auf In Ordner anzeigen. Danach öffnet sich ein Ordner, in dem wir die Programmdatei benötigen. Sie können das Download-Fenster in jedem anderen Browser öffnen, indem Sie Ctrl plus J drücken und dann zu dem Ordner mit der Datei wechseln. Führen Sie es aus, indem Sie mit der linken Maustaste doppelt klicken. Was kann ich tun, wenn beim Starten der Installationsdatei diese nicht gestartet wird, ein blauer Kreis auf dem Bittschirm angezeigt wird und nichts passiert? Vor dem Start der Programminstallation wird die Datei vom Antivirenprogramm und vom System auf Malware überprüft. Der Prozess einer solchen Überprüfung kann direkt von der Verfügbarkeit und Geschwindigkeit des Internets abhängen. Je schlechter das Internet, desto länger kann der Überprüfungsprozess dauern. Wenn die Excel-Datei überprüft nicht geöffnet wird, überprüfen Sie das Internet sogar. Und wenn beim Start eine Benachrichtigung angezeigt wird, dass der Herausgeber nicht überprüft werden kann, die Datei wurden zum Schutz gesperrt, klicken Sie zum Starten auf Ausführungen. Wenn Sie dies jedoch noch nicht getan haben, würde ich empfehlen, dies beim Virus-Total-Dienst zu überprüfen, da möglicherweise während des Downloads eine gefährliche Datei, die mit einem Virus infiziert ist, auf Ihrem PC gelangen ist. Überprüfen Sie es und stellen Sie sicher, dass es clean ist. Danach können Sie es sicher starten. Wenn Sie die Installationsdatei starten, wird die folgende Benachrichtigung eingezeigt. Windows hat Ihren Computer geschützt. Windows 10 verfügt über einen integrierten Systemschutz, den Smart-Screen-Filter. Jedes Mal, wenn Sie ein Programm oder eine Datei ausführen, überprüft Smart-Screen diese auf Präsenz in der Microsoft-Datenbank. Wenn die Datei früher als sicher zur Datenbank hinzugefügt wurde, wird dieses Programm nicht blockiert. Wenn diese Datei zuvor als schädlich markiert wurde oder noch nicht zur Datenbank hinzugefügt wurde, blockiert Smart-Screen den Start und zeigt eine Warnung an. Durch Klicken auf die Startfläche nicht ausführen, wird die Installation gestoppt und alles wird einfach geschlossen. Was tun, wenn Sie die Anwendung installiert müssen? Wenn Sie der Meinung sind, dass diese Datei sicher ist, können Sie sie ausführen. Klicken Sie hier, um die Datei zu starten. Details in jedem Fall ausführen. Danach beginnt die Installation. Bevor Sie jedoch mit der Installation einer solchen Datei beginnen, würde ich empfehlen, Sie auf der Wireless-Total-Webseite zu überprüfen und sicherzustellen, dass Sie sicher sind. Smart-Screen kann auch Anwendungen ohne digitale Signatur blockieren. Die digitale Signatur für das Programm wird von Microsoft nicht mehr als vertrauenswürdig eingestuft. Eine spezielle digitale Signatur des Programms, die vom Entwickler oder Herausgeber erstellt wurde, der es entwickelt und vertrieben hat. Dies geschieht in der Regel so, dass es in Zukunft möglich ist, das Softwareprodukt auf Integrität zu überprüfen und sicherzustellen, dass nach dem Signieren keine Änderungen daran vorgenommen wurden. Sobald das Programm eine spezielle digitale Signatur enthält, kann diese nicht mehr von Dritten geändert werden. Wenn eine Person versucht, Änderungen am Programm vorzunehmen, wird die digitale Signatur der Anwendung selbst überprüfen. Das geschieht, um Benutzer von Formelware zu schützen, da Angreifer den Anwendungscode ändern können, indem sie einen Variable-Code verschränken, der ihren Computer beschädigen kann. Digital signierte Anwendungen werden überprüft und verursachen bei Anti-Virus-Programmen und Firewalls keinen Verdacht. Solche Programme werden sehr selten unter Quarantäne gestellt. Sie können die digitale Signatur der Anwendung selbst überprüfen und sicherstellen, dass sie wirklich vom entsprechenden Herausgeber signieren lässt. Klicken Sie dazu mit der rechten Maustaste auf die geladene Anwendungsinstallationsdatei und wählen Sie Eigenschaften. Wechseln Sie dann zur Registerkarte Digitale Signature. Hier sehen Sie den Namen des Unterzeichners, den Auswahl-Algorithmus und das Datum der Unterzeichnung. Wenn die Signatur frisch ist, besteht die Möglichkeit nicht die Smart-Screen-Überprüfung, da die Angaben in die Datenbank eingezeigt in Anspruch nimmt. Daher können auch sichere Anwendungen von Windows Defender blockiert werden. Nachdem Sie sichergestellt haben, dass die Signatur gerückt ist, können Sie die Installation sicher ausführen. Was muss man tun, wenn das Programm installiert, erst aber nicht gestartet wird? Beim Start kann ein Fehler auftreten. In diesem Fall muss es wahrscheinlich als Administrator ausgeführt werden. Wenn dies Ihr PC ist, sollten Sie keine Schwierigkeiten haben. Sie müssen nur mit der rechten Maus-Taste auf die Programm verknüpfen klicken und als Administrator auswählen. Danach sollte es starten. Möglicherweise sind Administrator-Rechte erforderlich, damit das Programm bestimmte Dateien in seinem eigenen Verzeichnis im Ordner Programme ändern kann. Standardmäßig haben normale Benutzer keine Berechtigung zum Bearbeiten dieses Verzeichnisses. Für den normalen Betrieb eines solchen Programms benötigen Sie ein Administrator-Recht. Wenn das Programm nicht gestartet wird oder beim Starten ein Fehler auftritt, führen Sie es als Administrator aus. Det-Arre. gewiss-Ax. S-L-Ax. V-Ax. 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 Untertitelung des ZDF, 2020